Amazon macht bereits 386 Milliarden US-Dollar Umsatz und ist weltweiter Marktführer. Allerdings gibt es noch andere ziemlich unbekannte E-Commerce-Aktien, die genauso ein Zukunftspotenzial haben. Und deshalb heute die Top 3 E-Commerce-Aktien. Farfetch dient als Plattform für exklusive Luxusartikel. Und diese konnten die letzten Jahre ziemlich stark wachsen, sind dafür aber noch unprofitabel. Wer bereits mein YouTube-Video zur Luxusbranche gesehen hat, der weiß, dass Farfetch mit ihrer starken Marktposition noch ziemlich stark in den Markt reinwachsen kann. Etsy bietet auf ihrer Plattform einzigartige Kunststücke an. Und damit konnten sie nicht nur enorm wachsen, sondern sind bereits hoch profitabel mit Netto-Margen von 20%. Und Etsy hat gerade mal 5% Marktanteil in ihrem gigantischen Markt. Das heißt, es herrscht noch enormes Wachstumspotenzial. Der Online-Versandhändler Zalando hat sich auf Mode, Schuhe und Kosmetik fokussiert. Joach, Zalando ist nicht nur gefühlt das einzige deutsche Unternehmen, was es überhaupt schafft zu wachsen, sondern sie sind auch bereits profitabel. Und durch die Umstellung auf ein Plattformmodell wollen sie zukünftig ihre Gewinne vervielfachen. Aber an welchen E-Commerce-Aktien siehst du persönlich das höchste Potenzial? Schreib es gerne in die Kommentare.